Auf einer Art, aber mir ist es echt, was ist denn mit der Indes-Technik? Ich habe gesagt, du kannst schon das Indes machen, aber wenn du den Oberau machst, der andere macht den Zwerg und er kann kackeln. Beide drücken gleichzeitig, dann bekommt er den Punkt, den wir den Oberau machen.